morgens herzlich willkommen auf meinem youtube kanal heute sehen wir oder bereiten erst mal die erdnüsse vor für die aussaat ich lege die jetzt zum keim auf dieses küchenrollenpapier ach so die kerne habe ich übrigens aus vogelfutter was ich bei fressnapf gekauft habe so dann falten wir das machen das mit dem zerstäuber nass wenn das nass genug ist kommt es dann in einen giftgeber beutel und wird oben zugemacht dann habe ich das ungefähr eine woche zum keim über die heizung gehängt und eine woche später wie das hier in ziemlich vielen sprachen steht also fast international sehen die dann so aus die haben da so kleine keime dran und da da erst sich wurzeln bilden und das dann nach oben raus wächst stecke ich die mit den mit dem keimling nach unten genau und wie es damit weitergeht seht ihr dann in einem meiner nächsten videos also abonnieren und die glocke nicht vergessen aber das sage ich euch auch noch mal in der endkarte wenn euch dieses video gefallen dann gibt einen daumen nach oben lasst ein abo da und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten videos wieder also so wie 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 Untertitelung des ZDF, 2020